Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf den REVASRI Jagdentfernungsmesser 1000YM. Dieser Entfernungsmesser ist ein Muss für alle Jäger und Golfspieler, die Präzision und Zuverlässigkeit schätzen. Mit Funktionen wie Winkelerfassung und horizontalem Abstand liefert dieses Gerät genaue Messwerte, die Ihnen helfen, Ihre Ziele besser zu erreichen. Aber das ist noch lange nicht alles, was dieses Gerät zu bieten hat. Der REVASRI Jagdentfernungsmesser punktet nicht nur mit seiner Zielerfassungstechnologie, sondern auch mit seiner Wasserbeständigkeit. Das bedeutet, dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man bei schlechtem Wetter unterwegs ist die klare und präzise Anzeige der Messergebnisse sorgt. Dafür, dass selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen alles gut lesbar bleibt. So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Aktivität konzentrieren, ohne ständig nachjustieren zu müssen. Ein weiteres Highlight dieses Entfernungsmessers ist seine Benutzerfreundlichkeit. Mit einem intuitiven Bedienfeld und einer ergonomischen Form liegt das Gerät gut in der Hand und lässt sich einfach bedienen, egal, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Anfänger sind. Der REVASRI Jagdentfernungsmesser hilft Ihnen, Ihre Messungen schnell und effizient durchzuführen. Seine robuste Bauweise garantiert zudem eine lange Lebensdauer, was ihn zu einer lohnenden Investition macht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der REVASRI Jagdentfernungsmesser 1000YM ein beeindruckendes Gerät ist, das sowohl in der Jagd als auch im Golfsport hervorragende Dienste leistet. Mit seinen vielseitigen Funktionen und der hohen Genauigkeit bietet er ein hervorragendes, Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Entfernungsmesser sind, der Sie bei Ihren Aktivitäten unterstützt, dann ist dieses Modell definitiv eine Überlegung wert. Vielen Dank fürs Zuschauen und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Reviews zu verpassen.